Ich bin's. Du hast deine Tabletten bei mir im Auto vergessen, aber ich komme jetzt gleich zu dir. Wenn ich die Damen und Herren jetzt noch einmal bitten dürfte, von Ihnen aus nach links zu schauen, würde ich wirklich sagen, das ist die Perle in unserem derzeitigen Bestand. Sie haben gesagt, die Wohnungen sind alle schon geräumt und in drei Monaten bezugsfertig? Papa? Was machen Sie denn hier? Alles gut. Ein paar Formalitäten. Gibt's ein Problem? Reicht das nicht, dass du uns alles wegnimmst? Ich mach einfach meinen Job. Scheiß auf deinen Neuanfang! Papa, ich arbeite für diese Wichser! Guck dich doch mal um hier. Hier will doch auch keiner mehr wohnen, oder? Diese Wohnung ist meine Heimat. Heine! Was wolltest du von meinem Vater? Es ist Räumungstag. Ich muss die Abnahme machen. Die paar letzte Woche. Heine! Alles in Ordnung. Rechen Sie sofort zurück an die Tür! War das nicht? Nein, wir sind die Waren. Los, doch rein! Den ganzen Gasflaschen konnten Sie schon in den Keller gehen. Der ganze Straßenzug ist doch schon fertig. Wissen Sie, was das gekostet hat? Ihr wolltet Forderung, ich hab Forderung. Wir können das Ganze vertraulich festhalten. Das komplizieren Sie einfach nicht. Wir sorgen doch nur dafür, dass diese Stadt ein bisschen schöner wird. Wir schaffen ein besseres Wohnklima. Uns gehört der ganze Straßenzug. Ach, wie nur. Warum hast du das gemacht? Halt hin! Wo ist das? Wir sind doch alle gleich. Was? Wer ist denn Schatz? Das ist ein Gewehr. Was für ein Gewehr? Selbst wenn diese Bruchbude in die Luft geht, die freuen sich doch. Da fällt der Denkmalschuss weg.